Ritzgott und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield. Hardline, Beta. Perfekt. So, da steigen wir hier in diesen schönen Truck rein. Komm. Du fährst? Bin ich Fahrer? Ja, ich bin MG-Schütze. Okay, dann bin ich Fahrer. Fahrt dann einfach mal rechts oder links. Ich weiß es nicht. Oh. Ja. Wenn es... Ich und Antagon sind jetzt in der Beta. Ja, wir kommen hier in der Closed Beta. So. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel eigentlich noch gar nicht gespielt. Also, man erlebt jetzt meine ersten Eindrücke so ein bisschen. Ja, seine Eindrücke, ich habe es ein bisschen länger gespielt schon. Ich habe nur ein paar Runden gespielt. Eins, zwei Runden oder so. Und da habe ich eigentlich gar nichts kapiert. So, ich bin Level 4 jetzt. Level aufgestiegen. Ich bin halt noch Level 2. Das errechnet man echt ziemlich schnell. Ey, bist du eigentlich noch im Wagen drin? So. Ja, den haben wir... Habe ich den überfahren? Nein, ich habe ihn, glaube ich, noch mit einem Headshot niedergestreckt. Aber du bekommst immer Essen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja. Das sind so hässliche Jungs. Ach, man kann die Autos doch hochjagen? In einem Test hat... Ja, die kann man hochjagen. In einem Test... Äh, ich habe eine Granate unter ein Auto geworfen und es ist einfach nichts passiert. So, wollen wir mal aussteigen? Nee. Oh, doch. Sollte mal. Ja, doch, doch. Da ist noch einer. Oder ich weiß nicht. Ich habe ihn getötet, habe ihn getötet. Cool. Cool, ich bekomme immer Assets, wenn... Eigentlich liebe ich das, mit dem Auto zu sitzen. Voll nubig eigentlich, aber es macht Spaß. Ja. Das ist ja eigentlich fast schon Panzer. Ganz ehrlich. Ja, das soll auch... Das ist der Panzerersatz, oder was? Ja, das ist halt der Panzerersatz dafür. Und, warte. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, Hardline ist halt... Cops gegen... Terroristen? Wow, raus, 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 raus! Verdammt, ich bin tot. Ich auch. Der hat einen Raketenwerfer benutzt. Ja. Ich habe aber schon noch geschrieben, raus, du bist raus, aber da war es schon zu spät. Schade. Kannst du Helicopter fliegen? Ich spiele gerade Operator. Ich bin Endforce. Ich habe schon die zweite Waffe freigeschaltet. Man hat ja irgendwie so ein Freischaltsystem, da braucht man irgendwie Geld und damit kann man sich dann die Waffen kaufen. Genau, ich habe da auch schon ein paar Waffen mir freigekauft. Zum Beispiel das hier habe ich mir auch freigekauft. Aber man braucht da... Verprügel du mich mal, das sieht richtig lustig aus. Guck mal. Guck mal. Yay. Wie geht es? Ich habe das Ding kaputt gemacht. Nee. Nein, es lebt noch. Du hast es kaputt gemacht. Verprügel du mich mal mit dem Baseballschläger, das sieht richtig witzig aus. Ja, ernsthaftes Gameplay in Battlefield Hardline. Okay. Ah, hier sind schon wieder Wagen. Ja, das nehmen wir. Das sieht zwar ein bisschen mitgenommen aus, aber ist perfekt für uns. Tja, die Beta ist noch ein bisschen buggy. Buggy. Ich konnte es eine Zeit lang gar nicht spielen. Es war relativ bescheuert. Aber wir versuchen jetzt relativ viel von der Beta zu zeigen. Es ist bis jetzt nur eine Map. Dafür konnte ich relativ ohne Probleme hier schon ein bisschen das Anspielen des Spiel. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinfalle. Also nicht nur noch. Fahr einfach mal rum. Dann kann man was sagen. Was mir aufgefallen ist, in diesem Spiel stirbt man schneller als in Battlefield 3. Okay, aussteigen. Ja, ich komme ja. Ich komme. You take the wheel. Aufpassen. Was, bist du, Medic? Okay, ich bin Enforce. Okay. Ich kann Money geben und du kannst mich heilen. Du bist Thieler und ich bin... Äh, wir spielen Heist, oder? Ja, ich glaube, so heißt das Teil hier. Wie heißt der Spielmodus? Heist. Geh mal hier hoch, hier hoch. Geh hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Und dann in die Aufzüge. Los. Gut. Du bist drin. Jetzt Fahrstuhlmusik einblenden. Wehe, du vergisst es nicht. Hey, schau mal. Du blendest dann Fahrstuhlmusik ein, okay? Hä? What? Hast du das Blut gesehen? Boah, hier laden gerade Texturen nicht bei mir. Das war unruhig. Jetzt. Da war Blut. Hier in der Ecke war Blut. Und dann plötzlich war es weg. Ist es weg. Hä? Okay, Beta. Okay, Beta. Beta, Beta. Gibt es diesen Bug hier? Ich wünsche dir wehe, du vergisst nicht, während der Fahrstuhlsequenz Fahrstuhlmusik einzublenden. Ja, mach ich. Ich vergesse es. Guck mal, die Gläser hier sind unbrechbar. Komm mal. Hallo. Wo bist du jetzt? Ich probiere es gerade auch schon. Und vor allem, das sieht richtig, das sieht richtig, naja, Beta. Guck mal, ich habe hier eine Granate rausgeworfen. Geh das? So sieht es aus. Äh, da hinten, Granate. Ich bin tot. Scheiße. Die Granate hat die Fenster zerstört. Genau. Aber ich bin tot. Wo bist du? Scheiße, ich bin aber kein... Dann, warte. Einfach Selbstmord. Wirf eine Granate vor deine Füße. Ich habe keine Granate mehr. Ich mache stylischer. Gut, dann warte ich hier auf dich. Ich mache stylischer. So. Yeah. Und. Fallschirm ziehen. Zu viel ist spät, den Fallschirm ziehen. Das ist wirklich stylisch. Also bis jetzt muss ich sagen, das Spiel... Also ich kann dazu noch keine Meinung abgeben. Irgendwie. Hey, probieren wir mal, ob ich hier drauf bleiben kann. Nee. Hä? Was war das? Da kommen irgendwie Schadensgeräusche. Fahr mal weiter. Autsch. Ja, jetzt. Bleib stehen. Bleib stehen. Aua, aua. Komm rein, Juge. Das ist schon jemand anderes. Das ist schon jemand anderes. Scheiße. Jetzt nicht mehr. Komm rein. Okay. Yeah. So. Oh, du fast geht's. Over 9000. Ich bin eigentlich so ausgestiegen. Also wir befolgen gerade nicht wirklich das Missionsziel. Wir sollen hier hinten attacken. Das ist das Missionsziel. Das ist denn das Gegner oder warum schießt du da drauf? Ja, das ist Gegner. Schau's dir mal an. Dann verhält er sich komisch. Für den Gegner. Okay, jetzt nicht mehr. Guck, er schießt schon. Junge. Nein. Ah. Hilfe. Rete mich. Gehle mich. Kann ich wiederbeleben? Ja, kannst du. Kannst du. Wie denn? Mit E. Mit E? Ja. Hä? Irgendwie nicht. Mann. Okay, ich bin beide gespawnt. Echt? Gut. Ja. Nein. Ich bin auch echt nicht so. Nicht schon wieder. What? Überleb. Nee. Wie kann der mich da treffen? Das frage ich mich. Da war eine Wand. Nein. Wir nehmen auf. Nein. So. Hat dich gerade jemand gestört? Ja, mich hat jemand gestört. Jemand kam rein. Äh. Bist du beim Dings gespawnt? Oh. Die Runde ist schon vorbei. Vorbei. Ne 2, 4. Okay. Ich hab 3, 3. Okay. So, aber Level 4. Ja. Ich weiß es. Ich kann mir von dem Spiel gerade noch keinen Eindruck machen. Aber es waren Leute schlechter wie ich. Und das finde ich immer schön, weil es es Leute gibt, die schlechter sind wie wir. Draußen regnet es gerade. Cool. Die Musik gefällt mir. Hey, warum bin ich eigentlich besser? Die Musik ist auf jeden Fall besser als der Battlefield 4 Soundtrack, finde ich. Ja, aber guck mal. Warum bin ich besser wie du? In der Liste. Weil du mehr Punkte gemacht hast. Keine Ahnung. Oh. Und ja, die nächste Runde. Ich glaube, das geht sogar flotter. Die nächste Runde, oder? Als in Battlefield 3 noch. Ja. Puh, nö. Nicht wirklich. Okay. Und dann haben wir wieder den Ladebildschirm. Ich mach hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, oder? Wieso? Der Ladebildschirm ist ja... So lange ist der noch nicht. Ja, wenn er lange geht, dann mach ich jetzt einen Cut. Und ja. Ich muss sagen, der Ladebildschirm ist schon ein bisschen schwach. Also... Ja, der ist schon schwach. Vor allem die Häuser, wie die aussehen, na... Ja, voll Low-Poly-Modelle. Und auch nicht sehr hochauflösend. Ich meine, da kann man sogar mit Cinema 4D bessere Render-Vorgänge machen. Und wir sind als... Beziehungsweise hochauflösend schon. Aber... Ready. Ah, ich bin Gangster. Was bist du? Ich auch. Yes! Richtig geil. Eins... Und Null. Und, wo bist du? Bist du das? Hey, Junge. Ich muss sagen, so wirklich Gangster hab ich noch nie gespielt. Und die Gangster starten in irgendeiner Tiefgarage. Wo bist du? Ich bin am Spawn. Am Spawn der Gangster. Ach, da hinten bist du. Wo bist du? Hi. Ah, da bist du! Ich wechsle jetzt mal die Klasse. Also, wenn ich das nächste Mal sterbe. Stirb. Was bist du? Immer noch Medic. Komm, wir fahren jetzt. Achso, du bist Tealer. Ey, sag mal, das große Auto nehmen oder das kleine? Ich bin schon in der 1 eingestiegen, komm. Ja! Alter, wie das aussieht. Minigun. Gatlingun. Oder was das ist. Scheiße. Ah, zu viele Leute. Ah. Den Heimbürgner steigen. Mitnehmen. Wie ist es auch da? Wir dürfen die Polizei nicht erwischen. Äh. Äh. Hä? Ist das die Polizei? Nein. Sind hinter uns Gegner oder so? Nein, das ist... Äh, Polizei. Das sieht anders aus. Das ist dein Freund. Okay. Polizei, dein Freund und Helfer. Der dich einfach mal abträgt. Wir sind hier in Amerika. Äh, wo ist das Auto? Ich sehe das Auto nicht. Alter, du drehst dich so, dass ich gar nicht mitkomme. Wo er vorne ist oder so. Oh. Autsch. Ah. Ah. Das ist voller Action. Ja, vor allem bei mir. Sind hier irgendwo Gegner? Zumindest. Hier nicht. Autsch. Hier passen sogar vier Leute rein. In das Auto. Kannst du eigentlich fliegen? Helikopter? Keine Ahnung. Okay. Das war nur zum Testen, wie die zu störbare Umgebung mit mir interagiert. Also wir sollen hier zu den Vault. Hey, hol das Geld ab. Ne, ich hol... Oh. Nur einer sollte das Geld abholen. Ich warte im Auto. Okay, 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 okay. Ach, ich kann jetzt mehr nehmen, wenn ich will, oder? Ja, beeil dich aber. Sonst kommt die Polizisten. Los, beeil dich. Okay, ich, 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 komm. Ich will jetzt nicht zu gierig sein. Warte, ich steig aus. Und du gehst dann rein. Und ich geh nochmal rein. Gut, los, fahr. Du bist nämlich, glaube ich, der bessere Autofahrer. Oh Gott. Behalte dich, Junge. Verdammt. Oh, jetzt hab ich die Ausfahrt verpasst. Jetzt hab ich die Ausfahrt verpasst. Ich geh mal nach rechts. Oh, oh, oh. Nein, da kommt ein Haupt. Scheiße, scheiße. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Oh, yeah. Neben uns, neben uns, neben uns, neben uns. Fuck. Ich bin abgeschossen. Fuck, ich muss flüchten. Behalte dich. Behalte dich, Junge. Ich wurde abgeschossen. Scheiße. Die sind alle hinter mir her. Ich muss flüchten. Ich werde in dir, in dein Auto spawnen. Oh, nein, nein, nein. Hier, you take the wheel. Fuck. Nein. Ich wurde getötet. Verdammt. Okay, das hat seinen Reiz. Irgendwie mit dem Geld aufheben und so. Ist das wie Capture the Flag oder so? Kann das sein? Hm. Ein bisschen. Aber ein bisschen überarbeitete Version von Capture the Flag. Man kann sich raussuchen, wie viel man mitnimmt. Ja. Ah, ich wollte doch jetzt eine andere Klasse nehmen, verdammt. Welche wolltest du denn nehmen? Äh, dieselbe wie du. Wollte ich mal ausprobieren. Ich habe bis jetzt nur Sniper und Medic ausprobiert. Ich habe Enforce, äh, Matic. Ah, Heli, Heli. Soll ich fliegen? Ja, du fliegst, Heli. Yeah. Wow, was war das? Okay, beeil dich, Junge. Okay, die Steuerung ist minimal gewöhnungsbedürftig. Schießen kann ich irgendwie nicht. Das ist schade. Nee, ich kann schießen. Ein Transport, Heli. Okay, das sieht mies aus, was ich hier mache. Wow. Aufpassen. Okay, ich mache das lieber in der Ego-Perspektive. Auch wenn ich da nicht sehe, ob ich gegen Gebäude krache. Oh yeah. Ich liebe es. Sollen wir wieder zum Vault gehen und das Geld einsacken? Oder erst mal hier rumfliegen. Ich mache einfach mal ein totales Bombardement. Und, wie mache ich mich als Flieger? Ja, du bist super. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ist das die Luft, die hier den Helikopter zum Wackeln bringt? Oder was ist das? Obwohl ich noch keinen Gegner gesehen habe. Wollen wir getroffen? Sieht nicht so aus. Zumindest hat der Helikopter noch volle HP. Sonst müssen wir abspringen. Wo ist eigentlich der Spawn der Polizisten? Weiß ich nicht. Wie lang geht der Part schon? Ach, 17 Minuten. Sollen wir mal landen? Bald wird sowieso der Part zu entlösen. Oder sollen wir mal probieren, auf so einem Hochhaus zu landen? Ja. Oder wir springen auf ein Hochhaus. Na, das ist ein bisschen griskant. Glaube ich. Auf das Höchste, auf das Weiße, da will man drauf. Da will ich zumindest drauf. Auf dieses Weiße, da. Der Helikopter gewinnt gerade gar nicht an Höhe. Dort, dieses Weiße Haus, das Größte. Der gewinnt gerade gar nicht an Höhe, der Heli. Der bleibt nur noch auf einer Höhe gerade. Seltsam. Haben sie dann wahrscheinlich so gemacht, dass man nicht nicht zu hoch wird. Guck mal, da drin läuft einer rum in dem Haus. Siehst du? In welchen? In dem orangenen, wo ich gerade drüber geflogen bin. Oder war das orange, ja was. Boah. Das Spiel ist schon super. Obwohl ich gerade keinen Gegner sehe. Wollen wir einfach mal auf das orangenen Haus da drauf. Oder warte, ich lande mal hier oben. Falls es geht. Aufpassen. Kann sein, dass wir gleich sterben. Oh. Vorsichtig. Ich nehme mal die Außenansicht. Warte, ne, die ist nicht so zum Landen geeignet. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Der Heli lebt noch mit einem HP. Ich spring raus. Ich sehe dich. Ich spring hier hinterher. Wow. Das war cool. Guck mal, ich fliege noch. Ich bin hier. Hallo. Wohin schießt du? Das war witzig, aber hat uns wenig gebracht. Vor allem dem Team nicht. Moneypile, was ist das? Was ist Moneypile? Ähm. Pass auf, dass du nicht erschossen wirst. Da laufen außerdem Leute in diesem Haus. Das ist ein Gegner. Ich habe eine Granate reingeworfen. Vielleicht bringt es ja was. Da kommt einer. Verdammt. Ich wurde getötet. Ich auch. Irgendwie scheint mir diese Schrotflinde zu stark in der Entfernung zu sein. Das ist dir auch schon aufgefallen. Dass Schrotflinde zu effektiv in der Ferne ist. Ähm. Bis jetzt nicht. Ich spiele es ja noch nicht wirklich. Aber der Typ hat mich auf jeden Fall gerade mit einer Shotgun getötet. Ja, das meine ich ja. Oh, die Autos hier sind echt cool. Wo bist du eigentlich? Ähm. Beim Spawn wieder. Ich sehe dich da vorne. Ich auch. Kannst du mal mit dem Auto rausfahren? Und da ist ein Heli. Ich habe jetzt mal die Klasse gechanged. Autsch. Hä, ich bin doch schon mit dem Auto rausgefahren gerade. Mann, dann hast du mich verpasst. Stopp. Anhalten. Sexy Water. Ich bin hier. Steig ein. Wo bist du? Okay. Neben dir. Ähm. Jawohl. Sollen wir da mal hinfahren? Jo, gehen wir mal zu dem nächsten großen Ding. Oder wir fahren mal zum Manipile. Ich will mal wissen, was das ist. So, hier drunter durch. Auffassen. Oh. Werden wir gerade beschossen? Atemberaubende Physik. Warum bist du ausgestiegen? Weil ich dachte, da wäre ein Gegner. Okay, wir fahren wie weiter. Ich wollte ihn killen machen. Jetzt links rum. Oh. Und dann. Stehen wir gerade erst eigentlich im Schuss? Ich bin ausgestiegen. Fuck. Da ist ein Gegner. Irgendwo. Wo? Wo ich gerade hingeschossen habe. Bei dem. Ah, egal. Gehen wir hoch. Schnell. Schnell. Oh. Da. 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 Ich sehe nichts. Das hasse ich an diesem Visier. Nein. Ich wurde von hinten getötet. Man sieht da nichts. Ich bin tot. Laksava hat mich getötet. Aber ich sehe auf die Uhr und ich sehe, wir müssen eigentlich gleich beenden. Aber ich zeige jetzt mal das Kastenmeister-Menü. Zum Beispiel hier. Da kann man sich die Schrotflinten holen. Ich habe mir jetzt mal eine Schrotflinte geholt. Zum Beispiel. Ich bin jetzt Operator. Kastenmeister. Hier habe ich die. Kann ich die G. Die hier holen. Holen wir mal die. So. Ich habe mir eine Schrotflinte geholt. Und die Bleu. Ey, schau mich mal an. Ey. Ey. Wo bist du? Mal sehen, ob die wirklich so OP sind. Wo hast du die Gasmaske her? Ich bin einfach cool. So. Wir gehen hier mal rein. Nehmen wir mal ein Motorrad, oder? Geht das auch zu zweit? Ja, geht's. Ja, natürlich. Alles geht hier zu zweit. Sogar... Ne, das sage ich jetzt nicht. Sonst wird dieses Video noch gesperrt. Oder ich muss viel zensieren. Alter. Guck mal, da ist ein Polizeiauto. Guck mal, hier. Hier. Ein Polizeiauto. Hier. Ich habe leider nicht getroffen. Alter, das war viel mehr Spaß, so das Spiel zu spielen. Alter. Wie? Alter, Polizeischeiße. Renn. Rennauto. Äh, Motorrad. Motorrad, renn. Alter, warum... Ich darf meine Sicht nicht ändern. Jetzt nehme ich nicht die Maus. Fahr mal zu Enemy World. Fahr schnell zu Enemy World mal. Ja, mache ich. Wow. Hier sind die Gegner. Verdammte Scheiße. Ouch. So gehört sich. Oh nein. Was ist zur Hölle? Geil. Ich finde das... Ah, ich wurde getötet. Nein, meine Shotgun ist leer. Ich fahre jetzt... So, ich fahre hier raus. Aber ich fand das einfach geil. Ich spaw in dir. Ich spaw in dir. Ich habe es überlebt. Mit 10 HP. Bin ich aus der Situation noch rausgekommen. Cool. Ey, ich bin hinter dir. Behind you. Los, nimm du das Geld. Nimm du das Geld. Guck mal, da ist ein Bug. Take health. Guck mal. Ich habe einen Bug entdeckt. Lol. Ein Teil eines Cop-Autos schwebt in der Luft. Ja. Ich nehme ein bisschen Geld. Beschütze mich mal. Beschütze mich mal. Wo sind hier Polizisten eigentlich? Cash, pick up cash, pick up cash. Wo bist du? Ich nehme gerade das Geld. Beschütze mich doch mal. Ja, wo bist du? Beim Geld natürlich. Ach so. Beim Geld. Ich nehme jetzt richtig viel. Außer es kommt jemand. Alter, das... Buggy Auto. Ich habe richtig viel. Ich habe Maximum Cash. Und werde wahrscheinlich jetzt getötet. Renn, 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 renn. Ja. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Nur es ist, Mann. Hey, bist du heiler? Hey, nee, er ist nicht tot. Er lebt noch. Nein, ich wurde von jemand anders getötet. Hä? Oder es war das derselbe? Das war derselbe. Irgendwie ist er wieder aufgestanden. Wurde der wiederbelebt? Naja. Ich glaube, dann beenden wir mal jetzt, oder? Aber irgendwie scheint es gerade ziemlich buggy zu sein. Beenden wir jetzt mal. Ja. Hier beenden wir diesen Part. Ich bin Andragun und ich sage tschau. Ich bin Sexy Water. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Und tschüss.